Der US-amerikanische Wissenschaftler und Unternehmer Dr. David E. Martin kann auf vielfältige Leistungen in den Bereichen Finanzwirtschaft und Gesundheitsforschung zurückblicken. Seit Beginn der Corona-Pandemie warnte er vor den mRNA-Injektionen und möglichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Ich für meinen Teil habe sie nicht vergessen und ich werde sie auch nicht vergessen. Und meine Aufgabe im EU-Parlament ist es, die Menschen daran zu erinnern, dass unrechtmäßige Handlungen von Unternehmen und Organisationen, die gegen das Kartellrecht verstoßen, strafrechtlich verfolgt und gestoppt werden müssen. Und solange ich eingeladen werde, werde ich überall auf der Welt auftauchen, um sicherzustellen, dass diese Botschaft gehört wird. Herzlich Willkommen, Mr. Martin in Deutschland und insbesondere im schönsten Teil davon in Bayern. Lassen Sie uns gleich mit den Fragen beginnen und die Nummer 1 lautet, welche Pläne treibt die Weltgesundheitsorganisation WHO seit Corona ihrer Ansicht nach voran? Die Pläne der Weltgesundheitsorganisation sind seit 1955 bekannt. Sie besagen, dass eine kleine Gruppe von Menschen, die absolute Immunität vor jeder strafrechtlichen Verfolgung und jeder strafrechtlichen Untersuchung genießen, ein Ziel formuliert hat. Demnach soll eine Handvoll Leute das Schicksal der Menschheit lenken und die Weltbevölkerung kontrollieren. Diese Pläne haben sich nicht geändert. Sie versuchen immer noch, die Geschicke der Menschheit zu lenken und sie versuchen immer noch, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Und sie nutzen die Pharmaindustrie als ihr wichtigstes Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. Und sind Sie sicher, dass dieser Plan aufgeht? Ich bin sicher, dass er scheitern wird, und zwar aus einem einfachen Grund. Tatsache ist, dass die überwiegende Mehrheit der Welt in Unwissenheit glaubte, dass eine Gesundheitskrise bestehe. Diese vermeintliche Krise wurde jedoch von der Weltgesundheitsorganisation und all ihren Akteuren vollständig organisiert, kreiert und vermarktet. Aber das Problem, mit dem diese Gruppe nicht gerechnet hat, sind Menschen wie Sie und ich, die echte Gespräche führen, von Angesicht zu Angesicht, nicht in einem Abstand von drei Metern. Und zwar echte Gespräche über die Fakten und Beweise, die belegen, dass diese Gruppe schon immer auf dieses Programm gesetzt hat und uns zum Schweigen bringen wollte. Und wenn sie damit Erfolg gehabt hätte, dann würde ihr Plan vielleicht aufgehen. Das ist aber nicht der Fall. Künftig sollen mRNA-Injektionen nicht mehr auf ihre Sicherheit geprüft werden und ein Impfzwang gesetzlich legitimiert werden. Welche Risiken sehen Sie dabei? Ich darf Sie daran erinnern, dass es noch keinen einzigen Sicherheitstest für eine Impfung oder eine gentechnisch veränderte Injektion gegeben hat. Also reden wir nicht von der Zukunft, sondern von sämtlichen Injektionen, die von der Weltgesundheitsorganisation jemals vorgeschlagen und eingeführt wurden. Seit dem Beginn ihrer Masern und Malaria-Impfprogramme in den 50er Jahren wurden keine Sicherheitsstudien mehr durchgeführt. Aber was noch wichtiger ist, und das muss die Öffentlichkeit verstehen, dass bei den mRNA-Injektionen, die mit Corona eingeführt wurden, weder auf die Sicherheit der Injektionen noch auf die Sicherheit der darin enthaltenen Substanzen getestet wurde. Es gab also keinerlei Sicherheitsstudien. Die Öffentlichkeit muss verstehen, dass es sich bei der Aussage sicher und wirksam um Marketing handelt. Das ist nicht wahr. Es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die jemals die Sicherheit nachgewiesen hätten. Und was noch wichtiger ist, im Fall der mRNA-Injektionen wurde den institutionellen Prüfungsausschüssen aller großen medizinischen Zentren mitgeteilt, dass es sich um ein Verfahren handelt, bei dem mit der Verabreichung, ich zitiere, direkt am Menschen getestet wird. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir einem Menschen als erstem Versuchstier einen experimentellen Stoff injizieren. Das ist unethisch. Es verstößt gegen jeden Standard der Wissenschaft. Es verstößt gegen alle Rechtsnormen. Und das ist der Plan, den sie zum Erfolg führen wollten. Und wir arbeiten aktiv daran, ihn scheitern zu lassen. Bitte verraten Sie unseren Zuschauern doch ein bisschen was zu ihrem Hintergrund. Also in den frühen 90er Jahren leitete ich Mosaic Technologies und IdealMed. Wichtig ist hierbei, dass Mosaic Technologies ein Unternehmen war, das einen vertraglich begrenzten Technologietransfer durchführte. Dies geschah über die Universität von Virginia, wo ich an einer medizinischen Fakultät tätig war. IdealMed war ein Programm für klinische Versuche, das klinische Versuche für die FDA durchführte. Mein Hintergrund liegt also in der kommerziellen Wissenschaft und in der Umsetzung technischer Fähigkeiten in die kommerzielle Realität. Ich mache das also schon seit 35 Jahren. Aber das Wichtigste ist, dass ich 1998 von der Regierung der Vereinigten Staaten gebeten wurde, eine Organisation zu gründen, die es ermöglichen würde, Innovationen im Bankwesen zu nutzen. Auf diese Weise wurden wir auf die Programme der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten für biologische und chemische Waffen aufmerksam. Und 2002 entdeckten wir zum ersten Mal, dass das Coronavirus-Modell als Biowaffenprogramm eingesetzt werden sollte, das von 2005 von der DARPA als Biowaffentechnologie vollfinanziert wurde. Unglaublich. Nun gibt es seit 2021 eine massive Zunahme von vielen Krankheiten, Übersterblichkeit, Einbruch der Geburtenrate, beeinträchtigte Fruchtbarkeit. Sehen Sie einen Zusammenhang mit den mRNA-Injektionen? Es steht außer Frage, dass es einen Zusammenhang gibt, und wir wussten das schon lange. Die jüngste Veröffentlichung aus dem Jahr 2018 besagt, dass Pseudo-Uridin, eine der in den Injektionen verwendeten synthetischen Aminosäuren, tatsächlich als krebserregend bekannt ist. Und zwar nicht nur als krebserregend, sondern als Krebsbeschleuniger. Das bedeutet, dass wir durch wissenschaftliche Veröffentlichungen wussten, dass der Inhaltsstoff Pseudo-Uridin, der in der mRNA-Spritze enthalten ist, tatsächlich neue Krebsarten auslösen und vor allem latent im menschlichen Körper vorhandene Krebsarten reaktivieren würde. Wir wissen also, dass die Krebswirkung mit Sicherheit direkt mit einem einzigen Inhaltsstoff zusammenhängt, und die Veröffentlichung hierzu stammt aus dem Jahr 2018. Wir wussten das also schon lange vor der ersten Verabreichung dieser Spritze. Zweitens wissen wir, dass Ralph Baric, der Erfinder dieser speziellen biologischen Waffe, 1999 eine Methode entwickelt hat, um einen Coronavirus, der vorher die Lunge und den Magendarmtrakt angegriffen hatte, synthetisch so zu verändern, dass es das Herzgewebe angreift. Dies wurde 2002 und erneut in den Jahren 2006 und 2008 veröffentlicht. Wir wussten also schon 20 Jahre vor dieser ersten Spritze, dass es zu Herzmuskelentzündungen kommen würde. Wer also sagt, oh, wir haben unser Bestes getan, das konnten wir nicht wissen, gibt zu, dass er die veröffentlichte wissenschaftliche Literatur nicht gelesen hat, die eindeutig besagt, dass das Spike-Protein das Herzgewebe schädigen und das Pseudouridin Krebs auslösen wird. Daran kann es keinen Zweifel geben, denn diese Tatsache war 2018 wissenschaftlich anerkannt. In mehreren Ländern kehren die Masken zurück und auch eine neue mRNA-Injektion wurde bereits zugelassen. Kehrt Corona und die damit verbundenen Zwangsmaßnahmen nun wieder zurück? Der Plan ist sicherlich eine weitere Terrorkampagne zu starten, um sicherzustellen, dass jeder denkt, seine Nachbarn seien Feinde und alle Unmaskierten seien Träger schwerer Krankheitserreger. Das kleine Problem ist, dass eine von den National Institutes of Health finanzierte Studie der Wissenschaftlerin C.R. McIntyre im April 2020 zur Empfehlung der American Medical Association führte, dass eine gesunde Bevölkerung niemals eine Maske tragen sollte. Diese Studie von C.R. McIntyre ist die einzige klinische Studie, die jemals zum Tragen von Masken durchgeführt wurde und die über drei Jahre hinweg in einer multizentrischen Studie mit mehreren tausend Patienten belegte, dass Gesichtsmasken grippeähnliche Erkrankungen verstärken. Die Masken haben also nicht nur nicht funktioniert, sondern die einzige randomisierte und placebo-kontrollierte klinische Studie, die zudem dem NIH-eigenen Protokoll zufolge und vom NIH finanziert und veröffentlicht wurde, besagt, dass Gesichtsmasken grippeähnliche Erkrankungen verstärken. Wer also denkt, naja, Schaden können sie sicherlich nicht, der kennt den Stand der Wissenschaft nicht. Noch schlimmer ist, dass C.R. McIntyre nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie bestochen wurde. Und ich sage bestochen, weil es ein finanzieller Anreiz war, um eine Literaturübersicht zu veröffentlichen, in der sie den Zeitrahmen für die Literatur festlegte, die sie zu berücksichtigen bereit war. Sie werden es nicht glauben, aber die Daten, die für ihre Literaturübersicht ausgewählt wurden, schlossen ihre eigene Studie aus, die bewies, dass Gesichtsmasken die Krankheit verstärken. Sie wurde also dafür bezahlt, ihre eigene wissenschaftliche Studie aus der Wissenschaft auszuschließen. Was glauben Sie, wer ist verantwortlich für dieses Corona-Verbrechen? Die Antwort besteht aus zwei Teilen. Im ersten geht es um die eigentlichen Täter des Verbrechens, Ralph Barrick von der University of North Carolina. Chapel Hill war zweifellos derjenige, der 2005 sagte, er wolle mit synthetischen Coronaviren eine Technologie entwickeln, die biologische Kriegsführung ermöglicht. Das ist ein Eingeständnis des Verbrechens. Er wurde für dieses Vorhaben von Anthony Fauci finanziert und im Jahr 2016 erklärte sein Labor, dass das Virus des Wuhan Institute of Virology, ich zitiere, kurz davor steht, beim Menschen aufzutauchen. Das war im Jahr 2016 während des Gain-of-Function-Moratoriums. Seine Arbeit hätte gar nicht durchgeführt werden dürfen, aber er hat gegen das Moratorium verstoßen und im Jahr 2016 der Welt mitgeteilt, dass seine Waffe bereit für den großen Einsatz sei. Es steht außer Frage, dass Anthony Fauci jeden einzelnen Dollar davon finanziert hat. Es steht außer Frage, dass es zwei Finanzierungsquellen hierfür gab, die NIH und das Verteidigungsministerium. Aus diesen beiden Quellen geht eindeutig hervor, dass Ralph Barrick an der University of North Carolina Chapel Hill in jedem einzelnen Jahr von 2005 bis 2020 zwischen 10 und 20 Millionen Dollar pro Jahr erhielt, um das Coronavirus zur Waffe zu machen. Es steht außer Frage, dass Peter Daschig, den die Welt jetzt für die Zusammenarbeit der EcoHealth Alliance mit dem Wuhan Institute of Virology verantwortlich macht, Teil der kriminellen Verschwörung war. Denn er sagte 2015, wir werden das Verständnis der Öffentlichkeit für die Notwendigkeit eines Pan-Coronavirus-Impfstoffs erhöhen. Wir werden die Medizin dazu nutzen, eine Hysterie zu erzeugen. Und wir werden diese Hysterie zu unserem Vorteil nutzen, um unser Vorhaben durchzuführen. Er sagte auch, die Investoren werden folgen, wenn sie erkennen, dass das Vorhaben sehr gewinnversprechend ist. Diese drei Personen haben eindeutig ihre Absicht bekundet, ein Verbrechen zu begehen, sich dazu verpflichtet und das Verbrechen auch ausgeführt. Der zweite Teil der Antwort bezieht sich auf die Organisatoren des Verbrechens. Organisiert wurde es vom Global Preparedness Monitoring Board der Weltgesundheitsorganisation, das unter Verstoß gegen das Clayton-Gesetz in den Vereinigten Staaten und gegen die Gesetze der Europäischen Union zur Bekämpfung der Wettbewerbsverzerrung für sogenannte Interlocking Directorate sorgte, also Aufsichtsratsverletzungen im großen Stil. Sie brachten die Direktoren vermeintlich konkurrierender Organisationen zusammen, die Gates Foundation, der Wellcome Trust, Jeremy Fair und so weiter. All diese Leute beteiligen sich an illegalen Preisabsprachen, manipulierten den Markt und setzten den Plan in die Tat um. Am 18. September 2019 erklärten sie, dass sie eine globale Übung zur Freisetzung eines Atemwegserregers durchführen und bis September 2020 die Welt dazu bringen würden, einen universellen Impfstoff zu akzeptieren. Das war ihre öffentliche Erklärung vom 18. September 2019, also ganze drei Monate vor der ersten Erkrankung in Wuhan. Es steht absolut außer Frage, wer die Täter sind. Und es steht außer Frage, wer sie finanziert hat. Der Wellcome Trust, die Gates Foundation, die Rockefeller Foundation und die Verbündeten, die derzeit die Weltgesundheitsorganisation finanzieren. Sie alle sind in krimineller Weise an der Finanzierung eines der größten Völkermorde in der Geschichte der Menschheit beteiligt. Können Sie diese Dinge in Amerika auch so direkt ansprechen, in Fernseh- und Radiostationen? Ich habe diese Fakten überall auf der Welt erzählt und bis jetzt wurde meine letzte Präsentation im EU-Parlament von vier Milliarden Menschen gesehen. Sie wurde also in China, Indien, ganz Afrika, ganz Europa, ganz Amerika, ganz Südamerika gesehen. Und ich bin sicher, dass sogar die Pinguine davon gehört haben, denn irgendjemand muss sie auch in der Antarktis abgespielt haben. Abgesehen davon werden wir immer die Wahrheit aussprechen, unabhängig davon, wie populär sie ist. Tatsache ist, dass jede einzelne Aussage, die ich gemacht habe, überprüfbar ist. Und zwar nicht in meinen eigenen Quellen, sondern direkt in den Quellen, die von den Verbrechern selbst bereitgestellt wurden. Was ist mit der amerikanischen Bevölkerung? Was glaubt diese? Die Amerikaner sind bekannt dafür, zu glauben, dass die Vormachtstellung Amerikas bedeutet, dass die amerikanische Regierung letzten Endes gut sein muss. Wir vergessen dabei, dass wir in den 50er Jahren ein Programm für biologische Waffen hatten, das sogar die Washington Post und die New York Times dem amerikanischen Volk enthüllten, nämlich dass Giftstoffe versprüht und auch in den U-Bahnen in New York und anderen Großstädten ausgebracht wurden. Solche Dinge geraten in Vergessenheit. Wir vergessen auch, dass uns gesagt wurde, giftige Substanzen wie DDT seien sicher. Leider haben die Amerikaner die Angewohnheit zu vergessen, dass dieselben Leute, die ihnen versichert haben, dass all diese Substanzen sicher seien, am Ende einfach sagen, naja, wir dachten, sie seien sicher, aber wir haben unsere Strafe bezahlt. Die Substanzen waren niemals sicher, aber sie kommen damit durch und machen weiter. Der Unterschied ist diesmal, dass ein Drittel der Amerikaner, also 100 Millionen Menschen, von Anfang an erkannt haben, dass es sich um einen Betrug handelt und nicht darauf hereingefallen sind. Und das gibt Hoffnung, denn es bedurfte der Nötigung, der Manipulation und Drohungen mit dem Verlust des Arbeitsplatzes, des Lebens, des Lebensunterhalts, um das mittlere Drittel der Amerikaner dazu zu bringen, mitzumachen. Das sagt uns also, dass nur ein Drittel der Amerikaner dumm genug ist, auf dieses Spiel hereinzufallen. Das gibt große Hoffnung. Bevor wir unser Interview gestartet haben, haben sie mir erzählt, auf welchen Teil der Bevölkerung sie sich mit ihrer Aufklärungsarbeit konzentrieren. Ich fand es hochinteressant. Können Sie das nochmal zusammenfassen? Es gibt also etwa ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung, das auf alles hereinfällt, was die Regierung sagt. Wenn die Regierung sagt, dass ein Junge ein Mädchen oder ein Mädchen ein Junge ist, dann nickt es das ab. Dieses Drittel interessiert sich nicht für Fakten. Ihnen geht es um Gefühle. Ich sage immer, mir ist noch nie eine Tatsache untergekommen, die stärker als der Glaube war. Das mittlere Drittel der Amerikaner ist sich durchaus bewusst, dass etwas nicht stimmt, aber aufgrund ihrer beruflichen, familiären, finanziellen, sozialen Situation oder weil sie auf bestimmte Dinge nicht verzichten wollen, fühlen sie sich einem Zwang ausgesetzt. Sie würden nicht unbedingt tun, was die Regierung ihnen vorschreibt, wenn es keinen großen Anreiz dafür gäbe. Und das dritte Drittel akzeptiert nichts von dem, was die Regierung sagt, weil es im Grunde weiß, dass die Regierung seit vielen, vielen Jahren korrupt ist. Ich versuche, mich auf das mittlere Drittel zu konzentrieren, auf die Menschen, die sich tatsächlich gegen Zwang und Tyrannei wehren würden, wenn sie sich mit ihren Gedanken nicht allein wähnten, wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass sie vielleicht falsch liegen, wenn sie nur Personen oder Beweise hätten, die sie in ihren Bedenken oder Zweifeln unterstützen. Das ist das Drittel, um das wir uns kümmern müssen. Wir wollen sicherstellen, dass diese Menschen sich nicht allein, isoliert und ausgegrenzt fühlen, sondern erkennen, dass sie sich in Wirklichkeit in einer sehr großen Gruppe Gleichgesinnter, vernünftiger Menschen befinden, die bereit sind, sich gegen Tyrannei zu stellen. Das ist das Drittel, das wir überzeugen müssen. Aktuell reisen Sie durch Europa. Können Sie auf die europäische Bevölkerung Ihr Modell der drei Drittel auch umlegen? Ich denke, wenn man sich die Daten ansieht, ist es ganz klar, dass die europäischen Regierungen, vor allem durch den Druck der Europäischen Kommission und der Weltgesundheitsorganisation, versucht haben, die Menschen dazu zu bringen, dem Narrativ zu folgen. Leider für sie hat die Bevölkerung Nein gesagt, weshalb Dinge wie zum Beispiel eine Impfpflicht in Österreich, Impfpässe und all diese sehr strengen Vorhaben letztlich nicht funktioniert haben, was bedeutet, dass dieses Drittel in Europa wahrscheinlich ein wenig größer ist. Ich würde sagen, dass dieser mittlere Teil eher 50 Prozent der europäischen Bevölkerung ausmacht. Vielleicht fallen 25 Prozent auf die Regierungen herein, aber die mittleren 50 Prozent wissen, dass etwas nicht stimmt. Ich glaube, der Grund für den etwas höheren Anteil in Europa ist, dass sehr viele Europäer erkennen, dass die Versprechen, die EU werde ein besseres Europa schaffen, sich nicht erfüllt haben. Ich glaube also, dass eine größere Anzahl von Menschen weiß, dass da etwas nicht stimmt. Daher bin ich optimistisch, dass in Europa noch etwas mehr Menschen von uns überzeugt werden können als in den USA. Aber letzten Endes geht es nur um eines. Wenn wir den Menschen helfen können, zu erkennen, dass Misstrauen gegenüber der Regierung und Zweifel an Zwangsmaßnahmen, die sich falsch anfühlen, nicht dazu führen sollten, sich isoliert zu fühlen. Und wenn sie wissen, dass es viele Mitbürger gibt, mit denen sie sich gemeinsam gegen die Tyrannei wehren können, dann werden sie den Mut haben, beim nächsten Mal Nein zu sagen. Lassen Sie uns noch mal kurz nach Amerika schauen und über Joe Biden reden. Besitzt er noch die nötige Popularität in der Bevölkerung? Ganz und gar nicht. Egal, wie viele Umfragen Sie auch machen wollen, Joe Biden ist ein hoffnungsloser Versager. Nicht nur als Präsident, sondern auch als Mitglied der Demokratischen Partei. Joe Biden wird für immer als einer der korruptesten und inkompetentesten Präsidenten, die wir je hatten, gelten. Wenn man sich etwa seine Verordnungen ansieht, wenn man sich seine Auftritte in der Öffentlichkeit ansieht, bei denen er keinen zusammenhängenden Satz artikulieren kann und nicht einmal über das Hallo und Willkommen hinaus vom Teleprompter ablesen kann, dann sieht man, dass wir es mit einer Person zu tun haben, die buchstäblich nicht mehr Herr ihrer Sinne ist. Wenn wir wirklich das Land des freien Geistes, der Tapferen und der Hoffnung sein wollen, dann ist dies das peinlichste Staatsoberhaupt, das wir überhaupt nur haben können. Ich behaupte nicht, dass die derzeitigen Kandidaten, die zur Wahl stehen, die besten Amerikaner sind, aber die Menschen müssen Folgendes wissen. Um eine Präsidentschaftskandidatur auch nur in Erwägung zu ziehen, braucht man derzeit etwa 3 Milliarden Dollar zur Verfügung. Für Werbung, Marketing und alles, was mit dem Wahlkampf zu tun hat. Und wenn man glaubt, dass die besten Menschen der Welt alle mal so 3 Milliarden Dollar auf der Seite haben, dann hat man ein falsches Verständnis von Demokratie. Wir haben im Moment keine Demokratie. Wir haben eine Marketingkampagne, die alle zwei Jahre durchgeführt wird und bei der wir dabei zusehen dürfen, wie die eine Seite die andere finanziell aussticht und verleumdet. Aber es gibt gar keine zwei Seiten. Es ist alles ein Spiel, ein Theater. Und das Theater ist auf beiden Seiten gut finanziert, sodass die Sieger und Verlierer bei jeder Wahl sehr eng zusammenliegen. Das liegt auch daran, dass wir keinen glaubwürdigen Kandidaten haben. Ein glaubwürdiger Kandidat würde 80 Prozent der Stimmen bekommen. Jemand, der die Fähigkeit und die Integrität hat, sich vor Amerika zu stellen und die Wahrheit darüber zu sagen, wann sie richtig oder daneben lagen, wann sie zuversichtlich sind und wann nicht. Und diese Person ist noch nicht im Rennen. Aber sie wird auftauchen. Hat Donald Trump eine Chance, zum zweiten Mal Präsident der USA zu werden? Naja, wenn er gegen eine Pappfigur antritt, die wir derzeit haben, denke ich, dass er gewinnen kann. Weil ich glaube, dass Joe es vielleicht gar nicht bis 2024 schafft. Rein gesundheitlich sieht das ja nicht so gut aus. Aber ich glaube nicht, dass ein Land, das einst Leute wie Thomas Jefferson oder John F. Kennedy gewählt hat, wahnsinnig begeistert darüber ist, wenn es die Wahl zwischen zwei 80-Jährigen hat. Ich denke, Amerika ist bereit für etwas anderes. Und was ist mit Robert Kennedy? Ich meine, Kennedy wäre im Moment gut beraten, unabhängig zu kandidieren, weil die Demokraten ihre Karten ja auf den Tisch gelegt haben. Sein Beharren darauf, als Demokrat zu kandidieren, steht der Möglichkeit, eine klare, überzeugende, alternative Botschaft rüberzubringen im Wege. Im Moment muss er sich dem Programm der demokratischen Partei unterordnen. Würde er sagen, Leute, das System ist korrupt und ich biete euch eine Alternative, dann wäre das meiner Meinung nach der einzige Weg, um wirklich relevant zu sein. Solange er versucht, auf der Schiene der Demokraten zu fahren, hat er keine Chance. Letzte Frage, Herr Martin. Sie reisen von Seon über Zürich nach Straßburg ins Europäische Parlament. Welche Aufgabe nehmen Sie dort wahr? Meine Aufgabe ist unverändert, seit ich 2002 die Biowaffenprogramme, über die ich in Europa gesprochen habe, aufgedeckt habe. Sie besteht darin, uns alle daran zu erinnern, dass sich die Welt 1947 und 1948 darauf einigte, dass sich die Verbrechen, die in Deutschland begangen wurden, nicht wiederholen dürfen. Wir haben zusammengearbeitet, haben Prozesse geführt, Richtlinien erstellt und schließlich Gesetze erlassen, die besagen, dass es nicht rechtmäßig sein kann, biologische oder chemische Waffen zu entwickeln, die der Menschheit schaden. Und seit 2002 bin ich die einzige Stimme in der Welt, die darauf hinweist, dass die WHO genau das tut, dass die WHO das finanziert, und wie wir uns als Öffentlichkeit darüber informieren können, dass der Wille der Völker von 1950 verletzt wird. Und solange ich Luft zum Atmen habe, werde ich immer wieder daran erinnern, dass wir das als Volk verurteilt haben. Wir haben als Volk gesagt, nie wieder. Und innerhalb von fünf Jahren haben wir die Bedeutung von nie vergessen. Ich für meinen Teil habe sie nicht vergessen, und ich werde sie auch nicht vergessen. Und meine Aufgabe im EU-Parlament ist es, die Menschen daran zu erinnern, dass unrechtmäßige Handlungen von Unternehmen und Organisationen, die gegen das Kartellrecht verstoßen, strafrechtlich verfolgt und gestoppt werden müssen. Und solange ich eingeladen werde, werde ich überall auf der Welt auftauchen, um sicherzustellen, dass diese Botschaft gehört wird. Ich wünsche Ihnen nur das Beste und sage herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre.